Ihr alle werdet euch der Eins vor meinem Richtenstuhl verantworten müssen und jede ungenützten Stunde gedenken, die euch verloren ging für die Ewigkeit. Ihr alle werdet einmal eure Sünden bekennen müssen, weil sie offenbar werden und nicht mehr verheimlicht werden können, denn meine Augen bleibt nichts verborgen. Und also fordere ich Rechenschaft über alle eure Gedanken, Worte und Taten. Und dieses Tages des Gerichtes sollt ihr gedenken, wenn ihr glaubt, ungestraft sündigen zu können, des Tages, wo ihr alle zur Rechenschaft gezogen werdet, für euren Lebenswandel auf Erden. Er wird unwiderruflich kommen, euch alle überraschend, weil ihr ihn noch nicht so bald vermutet. Doch er wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht, unverhofft und lautlos. Er wird da sein, wenn kein Mensch ihn erwartet. Und dennoch nicht unangekündigt, denn lange zuvor schon weise ich die Menschen darauf hin, auf den Tag des Gerichtes, den Tag des Endes und der Vernichtung dieser Erde. Denn dieser Tag ist vorausbestimmt nach meinem Willen und Menschenwille wird ihn nicht hinausschieben können, sondern sich meinen Willen fügen müssen. Dass aber ein solcher Tag, der eine undenkbar lange Entwicklungsperiode abschließt, nicht unangemeldet kommt für die Menschen, wird euch auch das verständlich machen, dass und warum ich immer wieder zu den Menschen rede, durchdiene auf Erden und im Lichtreich. Der Tag des Gerichtes ist der Abschluss einer Erdperiode, die den Menschen zur Erlösung bewilligt wurde. In dieser Entwicklungsperiode ward den Menschen eine besondere Verkünstigung zuteil. Der göttliche Erlöser Jesus Christus kam selbst zur Erde, um den Menschen beizustehen, die in ihrem Entwicklungsgang versagen wollten. Also konnten sich die Menschen erlösen, wenn sie nur wollten. Versagt aber ihr Wille, dann ist es eigene Schuld, und von dieser Schuld warne ich immer wieder die Menschen, solange sie auf Erden weilen. Ihre Schuld besteht nur darin, dass sie sich nicht helfen lassen wollen, aber allein zu schwach sind. Was sie tun können, das wollen sie nicht tun, und was sie nicht tun wollen, das müssen sie auch selbst verantworten. Darum wird Rechenschaft gefordert von einem Jeden am letzten Tag, denn es stand ihnen allein ein Gnadenmaß zur Verfügung, das ihnen mit Leichtigkeit zur Höhe verholfen hätte. Wer sie jedoch nicht anhört, wer ihnen keinen Glauben schenkt, der tut auch nichts zur eigenen Erlösung. Immer ließ ich die Menschen durch Seher und Propheten ermahnen und warnen, und das schon oft angekündigte Ende der alten Erde macht das Auftreten von Propheten in meinem Namen verständlich, weil ich die Menschen nicht ungewahrt lasse und sie in der letzten Zeit lieben, weil das Ende so nah ist, dass ihr alle erschrecken werdet, so ihr Tag und Stunde wüsstet. Immer wieder weise ich euch darauf hin, doch wer nicht glauben will, wird nicht dazu gezwungen. Wehe aber denen, die mein Wort vernahmen und nicht glauben wollten, die es als mein Wort erkannten und doch das Nahe Ende und das Gericht nicht glauben und darum sich nicht auf das Ende vorbereiten. Wehe ihnen, denn die Stunde wird sie überraschen und es kommt das letzte Gericht. Amen